Wir sind mittlerweile beim letzten Video zu den Grundaufgaben angelangt. Und in diesem letzten Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Kreis und Gerade. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier bereits etwas vorbereitet. Auf dieser Zeichnung hier sehen wir einerseits einen Kreis und hier haben wir eine Gerade. In diesem Video interessieren wir uns, welche besondere Lage diese Gerade gegenüber dem Kreis einnimmt. Sehen wir uns einmal diese Gerade hier genauer an. Als erstes geben wir einen Namen. Üblicherweise bezeichnet man Geraden mit einem Kleinbuchstaben. Diese hier beschriften wir einfach mal mit einem kleinen G. G wie Gerade quasi. Wie ihr sehen könnt, und das ist jetzt das Wichtige, schneidet diese Gerade den Kreis in zwei verschiedenen Punkten. Einmal hier und einmal hier. Geben wir diesen Punkten auch gleich mal Namen. Den ersten Punkt bezeichne ich mit einem großen A und den zweiten Punkt mit einem B. Solche Punkte hier nennt man auch Schnittpunkte. Schnittpunkte sind eigentlich nichts anderes wie Punkte, die die Gerade und der Kreis gemeinsam haben. Dort schneiden sie sich. Und so eine Gerade wie diese hier, die den Kreis in zwei Punkten schneidet, nennt man eine Sekante. Der Begriff Sekante kommt aus dem Latein und heißt so viel wie schneiden. So, das war einmal alles zur Sekante. Jetzt sehen wir uns eine weitere Gerade an. Diese Gerade, die ich jetzt hier habe, verläuft komplett außerhalb des Kreises, wie ihr sehen könnt. Also sie schneidet den Kreis in keinem einzigen Punkt. Sie geht also komplett am Kreis vorbei. So eine Gerade, die keinen gemeinsamen Punkt mit einem Kreis hat, nennt man eine Passante. Und das Wort Passante kommt aus dem Französischen und heißt so viel wie vorbeigehen. Und das passt ja relativ gut. So, ich zeichne jetzt einfach noch schnell zwei weitere Passanten ein. Dazu nehme ich einfach dieses Lineal und zeichne zwei Geraden, die den Kreis nicht schneiden. Also es ist nicht schwer, einfach daran vorbeizeichnen. Fertig. So, und als letztes haben wir noch eine ganz spezielle Gerade. Ihr sehen könnt, hat diese Gerade genau einen Punkt mit dem Kreis gemeinsam. Und wenn ihr genau hinseht, dann erkennt ihr, dass diese Gerade den Kreis nicht schneidet, sondern an diesem Punkt berührt. Das heißt, sie liegt quasi an diesem Kreis nur an. Sie schneidet ihn aber nicht. Eine Gerade, die den Kreis in genau einem Punkt berührt, nennt man eine Tangente. Und der Begriff Tangente kommt aus dem Latein und heißt so viel wie berühren. Wenn wir jetzt den Durchmesser einzeichnen, der im Berührpunkt P endet, dann hat dieser Durchmesser eine ganz besondere Lage zur Tangente. Vielleicht seht ihr es bereits. Falls nicht, dann lege ich hier den rechten Winkel des Dreiecks an und seht ihr das? Der Durchmesser und die Tangente schließen einen rechten Winkel ein. Diesen zeichnen wir einfach noch ein. Also ganz wichtig, eine Tangente schließt mit dem Durchmesser des Kreises im Berührpunkt immer einen rechten Winkel ein. Also der Durchmesser und die Tangente stehen normal aufeinander. Und dieses Wissen nützen wir jetzt da, wenn wir eine Tangente konstruieren wollen. Und zum Abschluss wollen wir das jetzt auch noch machen. Ich nehme also nochmal einen leeren Kreis her und markiere einen Punkt, in dem wir jetzt da anschließend gleich die Tangente konstruieren wollen. Als nächstes zeichnet man jetzt entweder den Radius oder den Durchmesser ein, der im Punkt P endet, ist egal. Bei einem kleinen Kreis ist es besser, man zeichnet den Durchmesser ein, weil dann kann man besser anlegen. Bei einem großen Kreis reicht auch der Radius. Und das machen wir jetzt da. Wir legen den rechten Winkel in Punkt P an, auf dem Durchmesser. Genau so. Schön schauen, dass der rechte Winkel passt hier. Und dann zeichnen wir die Tangente. Und diese beschriften wir jetzt ja noch mit einem kleinen, harten T, quasi wie Tangente. Und damit sind wir jetzt auch schon fertig. So, in diesem Video haben wir also gelernt, dass eine Gerade drei bestimmte Lagen gegenüber dem Kreis n nehmen kann. Entweder ist die Gerade erstens eine Sekante, die den Kreis in zwei Punkten schneidet. Oder die Gerade ist eine Passante, die im Kreis komplett vorbeigeht. Den Kreis also nicht schneidet, also keinen gemeinsamen Punkt mit dem Kreis hat. Oder dritte Möglichkeit, die Gerade ist eine Tangente, die den Kreis in genau einem Punkt berührt. Und mit diesem Wissen könnt ihr jetzt da die letzte Grundaufgabe G12 bearbeiten. Nach dieser Grundaufgabe könnt ihr aus allen Bereichen eures Arbeitsplans beliebige Aufgaben machen, die ihr möchtet. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Ich wünsche euch das Gelingen.